Wie ist das Implantat mit signifikanten Verunreinigungen im Raste-Elektronen-Mikroskop? Wieder ein Implantat mit signifikanten Verunreinigungen hier im Raste-Elektronen-Mikroskop. Das Implantat war steril verpackt, fertig zum Einsatz in Ihrer Praxis. Gehen Sie dieses Risiko nicht ein. Lassen Sie sich zertifizieren als Clean Implant Certified Dentist. So gehen Sie auf Nummer sicher.